Willkommen bei Filme erklärt. Heute erzähle ich euch von dem Film aus dem Jahr 2015 mit dem Namens Lethal Seduction. Abonnieren Sie für weitere Inhalte wie dieses. Aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Sie unsere neuen Filme nicht verpassen, und klicken Sie auf Gefällt mir, um den Kanal zu unterstützen. Schöne Grüße und danke fürs Zuschauen. Zu Beginn des Films treffen wir Tanja und ihren kleinen Sohn Marco. Eines Tages schickte sie ihn zu einem Baumarkt, wo er eine Frau namens Carissa traf. Sie war Witwe und viel älter als er, aber gleichzeitig sehr attraktiv. Sie lud ihn zu sich nach Hause ein, um ihre Dusche zu reparieren, und am Ende kam sie auf die Idee, es gemeinsam zu testen. Sie landeten im Duschraum, wo sie ihren Leidenschaften frönten. Sie begannen eine Beziehung, die seiner Mutter nicht gefiel. Als Marc eines Tages bei Carissa war, beschloss Tanja, vorbeizuschauen, um ihren Sohn zu retten. Carissa sagte ihr unverblümt, dass sie sie nicht mochte und dass sie ihren Sohn einer Gehirnwäsche unterziehen würde, um jegliche Kommunikation mit ihr abzubrechen. Unterdessen fand Marc im Schrank im Zimmer eine Waffe. Anstatt Angst zu haben, geschah genau das Gegenteil, weil er von dem, was er fand, begeistert war. Es wird ein großer Fehler für ihn sein, denn er ist sich immer noch nicht bewusst, wie gefährlich die Frau ist, mit der er sein Bett teilt. Danach ging er in die Küche, um zu frühstücken. Carissa überraschte ihn mit dem Vorschlag, bei ihr einzuziehen. Ihr Haus war groß und er könnte von seiner Mutter getrennt werden, aber Marc hielt das nicht für eine gute Idee. Er fügte hinzu, dass er definitiv in einem Monat aufs College wechseln würde, was Carissa überraschte. Sie war nicht bereit zu hören, dass ihre Beziehung in einem Monat enden würde. Sie war verärgert und sagte ihm, er solle gehen, und sein bester Freund Walter traf ihn vor dem Haus. Er war beeindruckt von dem Haus, aber Marc war in seinen Gedanken völlig abwesend. Als er hörte, dass Marc sich weigerte, sich zu bewegen, war ihm völlig klar, warum Carissa sauer auf ihn war. Auch er hatte das Gefühl, dass er aus dem Haus seiner Mutter ausziehen und bei Carissa einziehen sollte. Andererseits ging Tanja zu ihrem Freund Randy und drückte ihre Sorge um ihren Sohn aus. Sie glaubte, dass Marc unter dem Einfluss einer Hexerei stand und war bereit, alles zu tun, um ihrem Sohn klar zu machen, dass die Beziehung zu Carissa nicht das Richtige war. Randy verstand ihre Besorgnis, sagte aber, sie solle ihm seine Fehler selbst erkennen lassen. Er fügt hinzu, dass es ein wesentlicher Bestandteil des Erwachsenwerdens sei, aber eine wütende Tanja fing an, den Mann anzuschreien, der nur helfen wollte und wütend war, dass er sich auf Carissas Seite stellte. Dann kam sie auf die Idee, Kontakt zu Melanie aufzunehmen, dem Mädchen, in das Marc einst verknallt war. Später an diesem Tag führte Marc ein Videogespräch mit Carissa, die unglücklich aussah. Er entschuldigte sich bei ihr und sagte, dass er nicht wolle, dass ihre Beziehung endete. Sie nutzte jedoch die Gelegenheit, um zu sagen, dass sie seine Mutter für eine Manipulatoren hielt, und in diesem Moment rief ihre Mutter ihn zu sich. Das ärgerte Carissa noch mehr und als Marc den Raum verließ, sah er Melanie, die von Tanja eingeladen wurde. Carissa war vom Warten nervös und schenkte sich einfach etwas Alkohol ein. Als Marc endlich zurückkam, sagte er schnell, dass seine Mutter ihn brauchte und klappte einfach seinen Laptop zu. Sie schrie vor Wut, weil er sie einfach ausgehängt hatte, und Tanja gab Marc und Melanie ein Auto, damit sie ein Date haben konnten. Sie nahmen das Angebot gerne an und verbrachten gemeinsam einen wundervollen Abend. Wir können sehen, dass jemand sie beobachtet und in diesem Moment bat Melanie Marc, sie zu küssen. Er antwortete, dass man das schon gesehen habe, aber er könne nicht widerstehen, sie zu küssen. Es war Carissa, die sie beobachtete und Zeuge ihres Kusses wurde. Einige Zeit später kehrte Marc nach Hause zurück, wo ihn eine neugierige Mutter traf, die sich dafür interessierte, wie alles lief. Währenddessen stieg Melanie in ihr Auto und Carissa sprang vom Rücksitz. Sie klebte Klebeband über ihren Mund und hielt das Messer an ihren Hals. Sie drohte ihr, dass Marc nur ihr gehöre und sie ihn nicht mehr sehen dürfe. Als Erinnerung an das, was sie ihr gesagt hatte, hinterließ sie eine Schnittwunde im Gesicht. Am nächsten Tag versuchte Marc, Melanie anzurufen, die jedoch nie antwortete. Andererseits, Tanja ging wieder zu Randy, der es satt hatte, alle um sich herum kontrollieren zu wollen. Marc war von der neuen Situation mit Melanie überrascht, da sie bei dem Date eine tolle Zeit hatten. Er sagte Walter sogar, dass er mit Cariss Schluss machen wollte. In der Zwischenzeit tauchte Carissa bei Randys Arbeitsplatz auf. Sie flirtete mit ihm, aber es klappte nicht, weil er sie schließlich vertrieb. In der nächsten Szene sehen wir, wie Walter bei Carissa zu Hause auftaucht. Er sagte, er habe gehört, dass sie und Marc sich getrennt hätten, und nun wolle er derjenige sein, mit dem sie schläft. Marc rief Melanie erneut an und dieses Mal antwortete sie. Ihr Gesicht lag im Schatten und sie sagte, sie sollten sich nicht wiedersehen, und in diesem Moment erhielt er einen Anruf von Carissa. Sie erzählte ihm, dass an diesem Abend eine Freundin von ihr kommen würde, der sie ihre Bewerbung vorlegen könne. Er zögerte zunächst, stimmte aber schließlich zu, weil er davon träumte, dass seine Bewerbung ein Erfolg werden würde. Tanja war enttäuscht, dass er die Frau wiedersehen würde, die vor das Haus kam, um ihn zu fesseln. Einige Zeit später lernte er ihre reiche Freundin kennen, die er durch seine Arbeit bekannt machte. Leider war das Feedback nicht vielversprechend, da der Mann ihm sagte, dass sie in ihrem Unternehmen bereits etwas Ähnliches verwenden. Er ging und Marc wollte gerade gehen, aber Carissa bat ihn zu bleiben, damit sie ein Glas Champagner trinken konnten. Er beschloss, trotzdem zu gehen, und als er sich umdrehte, schlug sie ihn mit einer Flasche. Die Nacht brach herein und Tanja versuchte, Marc anzurufen. Er war bei Carissa, die ihn gefesselt hat. Er fragte, warum er ihm das antue, und sie beschuldigte ihn, sie angelogen zu haben, weil er sie liebte. Sie wollte nicht, dass es nur ein vorübergehendes Abenteuer war, und dann fing sie an, ihn zu küssen. Als Tanja am nächsten Morgen aufwachte, stellte sie fest, dass Marc immer noch nicht zurückgekehrt war. Sie ging in sein Zimmer und fragte sich, wo er sein könnte, dann hinterließ sie eine Sprachnachricht für Walter. Marc war immer noch mit Carissa in der Sauna und sie beschloss, ihn weiter zu quälen. Er war wegen der übermäßigen Hitze sehr durstig und sie verschüttete die Wasserflasche vor seinen Augen. Danach nahm sie einen scharfen Metallstab und verursachte eine Wunde in seinem Bauch. Er schrie vor Schmerz und Tanja ging erneut zu Randy, um mit ihm zu sprechen, und sagte ihm, dass ihr Sohn vermisst wurde. Carissa nahm sein Telefon und sah, dass Tanja 35 Anrufe verpasst hatte. Sie beschloss, in seinem Namen eine Nachricht zu senden und schrieb, ich bin bei Carissa, komm und hol mich ab. Sie hatte ein finsteres Lächeln im Gesicht und hielt gleichzeitig eine Waffe in der Hand. Ein paar Minuten später erschien Tanja an ihrer Tür. Sie ließ Carissa herein und sagte dann, sie wolle mit ihr reden. Sie schenkte ihnen Wein ein und sagte dann zu ihr, jetzt werden wir sehen, wie sehr du deinen Sohn wirklich liebst. Sie legte ihr Handschellen an und sagte, sie müsse diese anlegen, wenn sie Marc wieder sehen wollte. Tanja tat das und ging dann zu ihrem Sohn, der fast 24 Stunden lang gefesselt war. Sie war wütend auf Carissa, die eine Waffe auf sie gerichtet hatte, und sagte, sie hätte eine Chance, ihn zu retten. Sie muss sich nur umbringen und dann wird sie Marc befreien. Sie drückte die Waffe und ging dann nach draußen. Sie legte die Waffe nieder und ließ ihr Zeit, zu entscheiden, was sie tun sollte. Randy versuchte, Tanja zu erreichen, die ihre Waffe auf die Tür gerichtet hatte und auf Carissas Rückkehr wartete. Carissa vergnügte sich auf der Terrasse und wartete auf Tanjas Entscheidung, da nur eine Kugel in der Waffe war. Tanja wurde durch die übermäßige Hitze und den Dampf immer schwächer und entschuldigte sich dann bei ihrem Sohn. Sie sagte, dass sie ihn nur vor jeder Gefahr schützen wollte und dass sie sich damit eigentlich selbst schützte. Sie beschloss, sich umzubringen, doch in diesem Moment klopfte Carissa an die Tür. Sie sah ihren Sohn an und sagte dann zu ihm, deine Mutter wird diesen Drecksack zerstören. Jemand klingelte an der Tür und Carissa fragte sich, wer es sein könnte. Gleichzeitig hörte sie einen Schuss und ging in die Sauna, wo sie Tanja auf dem Boden fand. Sie ging, um zu sehen, ob sie tot war, aber der Schlag überraschte sie. Die beiden begannen einen heftigen Kampf und Tanja verprügelte die monströse Carissa ordentlich. Es gelang ihr, ihren Sohn herauszuholen, doch Carissa tauchte mit einem Metallstock wieder auf. Im letzten Moment kommt Randy und rammt ihr einen Speer in den Bauch, woraufhin sie in den Pool fällt. Neben dem Pool stand eine Kiste, die seltsame Geräusche machte. Randy öffnete es und Walter war darin gefangen. Ein paar Tage später zog Mark bei Melanie ein und Randy nahm ihm das Versprechen ab, sich um seine Mutter zu kümmern. Mark ging und Tanja lud Walter zum Abendessen ein. Er sagte, er könne nicht, weil seine Freundin gekommen sei, um ihn abzuholen. Sie waren ungläubig, als sie sahen, dass das Mädchen tatsächlich eine ältere Frau war, und diese Szene endet mit dieser Szene.